So, Verteidigungs-Koordination noch. Strahl des Ruhms. Falscher Sonnenaufgang. Den werde ich mal versuchen. Oder ich werde einfach mal ein Symbol Tod benutzen. Oh. Den hätte ich benutzen sollen. Geht klar. Ja, ihr füllt euch aus der Ruhe, als ihr euch dem Sack umfragt nehmt. Der Deckel wirkt sehr schwer. Ihr könnt ihn bewegen, wer es wirklich wünscht. Ja. Ihr stimmt den schweren Deckel zur Seite. Der üble Geruch der Verwiesung überwächtigt euch bei nah. Sitzenderweise befindet sich in dem Sack nur der vergoldete Tortosa eines Skeletts. Ein plötzlicher Ausbruch magischer Energie lässt eine Kreatur erscheinen. Ja. Ihr seid dumm, die Lärm von Kangax zu folgen. Er wird nicht dankbar für eure Dienste sein. Wovon redet ihr? Trotzdem erörntet eure Suche hier. Ich habe nicht alles geopfert, damit irgendein Idiot von Abenteurer unser Schicksal weckt. Sterbt nachher. Gut, den haben wir auch gekillt, bevor er Zeitstopp wirken konnte. Sehr schön. Ich bin aber gerne. Ihr berührt den Torso und ein grauenerregendes Gefühl der Schwäche und Verzweiflung zieht euch in die Knie. Ihr umwickelt den Torso mit einem Stück Stoff und verstaut ihn in eurem Rucksack. Ein Skelett-Torso aus massiven Gold. In der Nähe des Torsos kann man deutlich den verdärmenden Einfluss des Bösen spüren. Mhm. Das ist Kangax-Torso. Fragt nur, wenn es das ist, was ihr wollt. Man braucht alle drei Teile und der Schädel ist halt... Euer Wunsch ist mein Begehr. Wäre er jetzt im Hafenviertel? Keine große Herausforderung. Ja, ich habe aber echt immer noch keine Ahnung, wo ich... ...das blöde Horn finde. Verkauft habe ich es hier eigentlich nicht und es ist eigentlich auch nicht das Horn, was wir schon mit uns rumschleppen. Das ist ein anderes Horn. Hier drin waren wir schon großzügig. Das ist nur das Haus des Gerbers. Das ist die Taverne zu den fünf Krügen gewesen. Ja, und hier drin hatten wir, glaube ich, auch schon alles geplündert. Ja. Keine große Herausforderung. Oder irre ich mich gerade? Nein, haben wir nicht. Da ist das Horn. Hm, nun gut. Das Horn ist nämlich eigentlich recht mächtig, wenn ich es noch in Erinnerung habe. Ich bin jedenfalls, wenn man es beim Schmied abgegradet hat. Aber dazu braucht man, glaube ich, auch einen bestimmten Edelstein, den ich schon verkauft habe, wenn ich mich nicht in Erinnerung habe. Habt ihr etwas Gutes zu berichten? Was bringt euch hierher? Der Ruf nach Abenteuers, Sir. Wartet, ihr erscheint mir vertraut. Talisa, ich habe schon viel von euch gehört. Wahrhaft werdet ihr da von euren Taten. Er zieht mal entlang der ganzen Schwertküste. Ich bin wirklich Talisa. Ihr habt, hast du von mir gehört? Ihr müsst euch hören, mein Freund Talisa. Nie gehört den Namen. Nehmen wir das erst. Oh ja, Talisa. Wir haben wohl von euch gehört. Den Namen genommen wurden wir geschickt, damit wir uns euer annehmen. Was wollt ihr damit andeuten? Ihr müsst gefangen genommen werden, Talisa. Jemand möchte euch sehr dringend sprechen. Es ist an der Zeit. Euer Wunsch ist mein Beginn. Ich habe das Volker Imperium. Ja, shit. Doppelgänger. Wir sind alle Anfänger. Ich tu dir nicht, wenn es dein Mut ist. Das Gute ist Ormut euch zu sich. Ja. Was kann ich tun? Die Taten, Mormons, mein... ...sehr höflich von... ...so jemandem angegriffen zu werden. Stufe 6 Zauber, Todeszauber. Das finde ich immer gut. Stufe 6 habe ich nämlich nichts Besonderes. Deswegen kommt da jetzt ein Todeszauber rein. Ja, Wesen mit mehr als 8 Treffer wirfen sie gegen diesen Zauber, Moon. Die einzige Ausnahme ist den beschworenen Wesen, da die automatisch getötet werden. Im Versuch ist es trotzdem wert. Ja, wahrer Blick ist auch nicht schlecht. Und Ablenkung... Hast du bereits? Was ist mit dir? Nö, du nicht. Okay. Gut, jetzt werden wir schon mit Doppelgängern belästigt. ...die wir uns aufhalten wollen. So, Wagens Promenade. Was meintet ihr? Abenteuer allerlei. Und gucken, ob ich da den Edelstein noch wieder finde. Ich glaube, den habe ich nämlich da verkauft. Wenn nicht, ich habe eh einen Haufen Plunder, den ich... ...abgeben kann. Ich habe auf das Horn total vergessen. Das ist mir erst irgendwie sehr viel später wieder eingefallen. Ah, besondere Gegenstände wollte ich nicht. Ich wollte normale. Man kann in ganz Verrün am besten im Abenteuermarkt einkaufen. Dort findet man die größte Auswahl, die niedrigsten Preise und keine bunten Verpackungen. Nur die Ware selbst steht zum Verkauf. Das ist alles sein Zeug. Da, das Zeug, das wir verkauft haben. Sonnenstein. Buchsauge, Chazard, Granat, Titanin, Feuerarchat, der war es auch nicht. Wasserstern auch nicht, Aquamarine auch nicht. Chorale auch nicht. Mondstein und Sternsaphyr auch nicht. Gerant nicht. Da ein Kusserbill, der müsste es gewesen sein. Ich kaufe mal einen Kusserbill. Weil seine Beschreibung auch ziemlich interessant ist. Lol war es nicht. Perlen, Schandon. Glaube ich nicht, dass er es war. Schandon. War es Zios. Zios kaufe ich auch mal sicherheitshalber. Und den Königsträne auch. Spitzbubenstein war es definitiv nicht. Und Zirkon auch nicht. Da, der Belschorin. Der Belschorin, der könnte es gewesen sein. Weil der Stein ist einzigartig, ehrlich gesagt. So, ich glaube, das reicht jetzt mal. Was wir da gekauft haben. Und ja, ich hätte den Tant verkaufen können, den ich noch habe. Aber nö. Das Zeug verkaufe ich, bevor es aufs Friedhofsviertel geht. Ah, hier ist so der Hemd. Äh, der Imata-Tempel. Wenn, da muss ich eins höher. Zum Rasten. Als nächstes muss ich dann... Da mieten wir einmal königlich. So, das ist das Silberne Odinshorn. Silberne Odinshorn in den geheiligten Hallen von Valhalla ruhen, die tapfersten aller Krieger. Da sie dem Krieg während ihres Lebens so auf und vergeteilt haben, haben sie es sich verdient, ihr Leben nach dem Tod Ehrenfall in den Hallen Valhalla zu verbringen. Als Gängleistung für diese Ehre müssen die Krieger jedem dienen, die in Odinshorn blasen. Odinshorn beschwert Berserker der fünften Stufe, der dem Beschwörer eine Minute lang dient. Das Horn kann einmal täglich eingesetzt werden. Ja. Und das Ding kann ich jetzt verbessern zu einem... Platinhorn, glaube ich, indem ich den... Belgeril benutze. Es war entweder der Belgeril oder der... Chrysler-Beryl. Bin mir jetzt selber nicht ganz sicher, deswegen probieren wir es einfach aus. Aber erstmal machen wir einen Abstecher ins Tempelviertel. Fragen beim Orden der Flammenden Herzen nach, ob sie uns Hilfe anbieten können. Und holen uns den letzten Licht dort. Wir sind ein Abstecher, Cloud, Cloud, Cloud. Tempel. Wir sind natürlich da oben. Euer Wunsch ist mein Begehr. Wir wollen hier runter. Erstmal. Ja, da unten haben wir auch bereits den Gedankenschinder-Dungeon geschafft. Wo, glaube ich, auch ein Teil von Comfair rumlag. So, warten wir auf den Rest der Gruppe. Keine große Herausforderung. Möden die Götter euch gnädig gesonnen sein. Ich begrüße euch, Talisa. Im Namen des Hüchsehens werden uns das streitende Herzen. Erwartet mir, mich vorzustellen. Ich bin knappe Katasassistenz des Prelaten Veselan. Ich bin jung, aber ich habe die Geschichte über eure vielen Erkundungen alle verfolgt. Es ist schwierig, die Wahrheit zu erkennen, aber welche Wahrheit auch immer in dieser Erzählung steckt, das muss ungeheuer aufregend sein. Ich freue mich, euch endlich persönlich zu treffen. Entschuldige mich jedoch, wahrscheinlich kamt ihr aus einem bestimmten Grund hierher und ich halte euch davon ab. Macht ihr mit dem Ordengeschäft, Talisa? Ja, aber darüber kann ich nur mit einem Prelaten sprechen. Ich beabsichtige, die Hilfe des Ordens in Anspruch zu nehmen beim Kampf gegen einen mächtigen Vampir, der in der Stadt ist. Beiseitebänge, ich kann selbst sprechen. Nein, ich denke nicht. Nehmen wir mal die zwei. Ein Vampir? Solch eine kreatur existiert wirklich? Hier in Akatla? Das wusste ich gar nicht. Ihr müsst dem Prelaten sofort davon berichten. Wenn solch etwas Böses in der Stadt existiert, bin ich sicher, dass der Orden alles tun wird, um euch zu helfen. Kommt.